Wir sind auf die Idee der Innovationsplattform gekommen, weil wir die Angebotsstrukturen in Sachsen-Anhalt innovativer gestalten wollen. Wir brauchen mehr Innovationen, wir brauchen innovative Angebote und wollen, dass das Kreisland Sachsen-Anhalt modern und zukunftsorientiert aufgestellt wird. Wir wollen Innovationen so niederschwellig, erfahrbar machen wie möglich. Wir wollen jeden mitnehmen, dass er selber auf dem Prozess der Ideenfindung von der Idee bis zur Lösung begleitet wird. Das soll diese Plattform leisten.